Zweiter Firun Fünf Tage seid ihr durch Tapatien gezogen, die Reichsstraße unter euren Füßen bröckelig und zerschunden. Eine inneren Eingebung folgend will Janan seinen Ordensmeister Albuinen Victus aufsuchen. Iserun folgt ihm, um die Rechtschaffenheit des Mannes zu beurteilen oder ob der Wahnsinn in ihm sitzt. Abel mir derweil begleitet sie, doch sucht er keinen Kontakt mit diesem Fanatiker und seinem Bauernmob. Als Magier hat man dieser Tage nicht gut gelitten, doch trägt man eine schwarze Rubbe, wird dies nur umso schlimmer. Alltags ist dies ebenso gewiss. Nun steht ihr, kurz vor Talf, was wohl an die Treuzacker Barbaren gefallen ist, doch vielleicht bekommt man hier Neuigkeiten und einen Aufenthaltspunkt von Albuinen. Die Nacht mit Schnee in den Ruinen des kleinen Dörfchens, Heidengrund, liegt hinter euch. Ein paar Meilen vor euch muss es dann jedoch irgendwo liegen, Talf. Und so beginnen wir. Sind wir endlich da bei diesem verdammten Nest? Ich denke, es sollte hinter der übernächsten Wegwegung liegen. Wer? Also, was ist denn nun der Plan? Willst du nicht König werden? Also wir marschieren da rein, ich bringe die Typen um und da an. Nun, das ist die beste Möglichkeit, um ein größeres Maß an Blutvergießen zu vermeiden. Alle Beteiligten ist es, wenn du ihn danach befiehst, sie sollen wieder nach Hause gehen. Moment, Moment, Moment. Vielleicht werden sie probate Soldaten gegen den Drachen. Wolltags, du hast die drei gesehen, mit denen wir gesprochen haben. Ja. Ich will nicht mehr in der Nähe irgendwelcher unschuldiger Leute haben. Bibi, Alain, Alain, ich will dich nur daran erinnern, dass du Soldaten von Hafax nehmen wolltest. Mir kommen sie ein wenig vor wie Verkina. Nur noch ein bisschen größer und verrückter. Vielleicht sollten wir sie gegen den Nekromanten im Norden einsetzen. Und das wäre auch eine Möglichkeit. Ihr tut, was ihr für richtig alt ist. Nun, ich habe noch nie persönlich mit Trollsackern zu tun gehabt. Aber ich meine mich daran zu erinnern, dass ihre Kultur auf Stärke basiert. Wenn sie nun Rafim als eine Autorität anerkennen und dem folgen würden, vielleicht wären sie dann zumindest kontrollierbar. Sie haben sich jedenfalls von ihrem jetzigen Anführer verbieten lassen zu kämpfen. Ich denke, das heißt einiges. Und sogar in seiner Abwesenheit. Er hätte es ja niemals erfahren. Das stimmt. Ein guter Punkt. Habt ihr gemerkt, wie der, den ich verzaubert hatte, weggerannt ist wie ein kleines Mädchen? Ein Hexer weiß nicht zum Spaß einzusetzen, Voltax. Was denn? Das war nicht zum Spaß. Es war notwendig. Er war schon sehr nervig. Und sagt nicht, ihr wärt nicht der Meinung, er hätte es verdient gehabt. Daraus erscheint mir trotzdem keine Notwendigkeit, irgendwelche Zauberreihen zu verhindern. Es war nur ein winziger Stummheitszauber. Also, bitte. Ihr sprecht doch immer von der Harmonie in der Welt. Ich denke, das war der Harmonie durchaus zuträglich. Ich denke, euer Herr Pryos, der hätte nichts dagegen gehabt. Dem hätte das bestimmt auch gut gefallen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht. Boah, ich bin mir ziemlich sicher, dass doch. Ich werde diese Diskussion jetzt nicht mit euch führen. Wir sind sowieso bald da. Na gut, ich nehme das als Sieg. Sehr gut, Voltax. Niemals zurückweichen. Ja, so kennt man mich. Wenn ihr dann der Wegbiegung folgend über die ein oder anderen Hügelkuppen entlang geht, könnt ihr dann tatsächlich vor euch sehen an der Reichsstraße Talf. Es hat sich verändert, nachdem ihr das letzte Mal hier wart, hier direkt an der Reichsstraße gelegen, auch mit einer kleinen Mauer umgeben. Doch, wenn ihr dann näher und näher kommt, könnt ihr erkennen, dass oben auf den kleinen Zinnen, auf den kleinen Türmchen aufgespießte Köpfe stecken. Und wenn ihr dann durch das Tor tretet, langsam, vorsichtig, könnt ihr den Blutgeruch wahrnehmen. Die abgezogenen Häute von Menschen, die da zum Trocknen liegen und beschmiert werden. Das ist ja widerlich. Die scheinen mir eher unsympathisch zu sein. Allerdings. Und je schneller wir diesen selbsternannten König abgesetzt haben, desto besser. Aber was haben diese Bergmenschen immer mit Blut? Blut ist ein mächtiges Instrument. Auf einem kleinen Schildchen aus Holz könnt ihr erkennen, Talf, 500 Einwohner. Allerdings wurden die 500 durchgeschnitten, zumindest die Null. Mittlerweile sind es wohl nur noch 50. Es haben immerhin 50 überlebt. Vielleicht sind die 50 jetzt auch diese Treuzucker. Das ist ein Punkt, an den ich nicht gedacht hatte. Woher sollten diese Barbaren wissen, wie man Zahlen schreibt? Warum sollten sie es nicht wissen? Weil sie Barbaren sind. Sie können auch nicht mal einen Namen schreiben, vermutlich. Ja, ist ja auch egal. Lassen wir uns jetzt reingehen. Während ihr die Straße folgt, einmal einbiegt, könnt ihr erkennen, wie links von euch ein niedergebrannter Rondra-Tempel immer noch schwelt. Auch wenn das schon sicherlich lange Zeit her ist, dass er einmal gebrannt hat. Aber irgendwas wird wohl im Inneren immer noch für Glut, Glimmen sorgen. Und als ihr dann auf den Marktplatz tretet, könnt ihr vor allem in der Taverne eine ganze Menge an Rauferei hören, zerbrostende, zerbrochene Fenster, eine aus den Angeln herausgerissene Tür. Direkt daneben gibt es eine Imkerei, die euch auch damals schon mit Honig versorgt hat, beziehungsweise vor allem mit Med. Im Inneren könnt ihr sehen, Trollzucker. Barbaren. Und zur Überraschung, einen Riesen. Ein Troll. Es ist Graulheim. Große, vier Meter, riesige Gestalt, die dort eben noch versteinert saß. Es ist gar kein Stein. Er erhebt sich und ihr kennt ihn tatsächlich wieder. Nun, das wird immer besser. Oh, Graulheim! Hallo, Graulheim! Hallo! Ihr kennt diesen Felsbrocken? Da ist ein Troll. Nicht nur irgendein Troll. Er ist Graulheim. Er ist ein Minister. Dir hol ich Bonbons. Äh, natürlich, natürlich, ja, wir holen dich Bonbons. Extra für dich aus Wabon, nicht da? Aus Beilung, aber egal. Beilung, stimmt. Er deutet mit seiner Hand auf die Imkerei. Die ist alle. Ähm, Abelmier, du hattest sie nicht da? Äh, ja, ich warte kurz. Hier, ich hole mal diese, diese kleine Packung, äh, diese kleinen Brötel mit Honigbonbons, äh, die ist in meiner Hand schon relativ kleines und in der Trollern wahrscheinlich verschwindet. Ähm, hier. Äh, lecker. Äh, und während ihr ihm die Bonbons reicht in seinen riesigen steinernen Pranken, könnt ihr sehen, wie sich, äh, äh, mehrere Leute jetzt aus der Terwene heraus begnügen. Äh, riesige Kreaturen, äh, allesamt mindestens zwei Meter groß, müssen die Köpfe einziehen und, äh, einer nach dem anderen schreitet heraus mit riesigen Äxten, äh, die sie euch zunicken und, äh, einer deutet dann wohl noch zu ihrem Anführer, der da gerade nach draußen kommt, äh, es ist tatsächlich wohl einer der Räuber, die ihr schon auf der Straße gesehen hattet, äh, das sind sie. Die wollten mit uns kämpfen, mit euch kämpfen. Und damit schiebt er sich nach draußen und ihr könnt einen wahrlich ebenbürtigen Krieger erkennen, äh, der tatsächlich von Korr maßgeschneidert wurde, nur für Raphim. Zack von Kekrach, König von Talf. Der ist aber groß gewachsen. Das musst du gerade sagen. Ich weiß nicht, was ihr meint. Geh und sieh, sodass du ihn loshörst, wenn wir endlich weg können. Trak beitet seiner riesigen, monströsen Arme aus, äh, und, äh, nickt euch dann zu, während er mit langsam, äh, ja, respektvollen Schritten auf euch zukommt. Willkommen in Talf. Ich bin hier der König. Ihr könnt mich Trak nennen. Was könnt ihr für euch tun? Wir haben gehört hier. Wollt euch mit uns messen. Da habt ihr recht. Gut. So kommen wir denn keine. Ja, wie heißt das denn? Bringt doch mal eure Männer her, damit ihr auch sehen, was passiert. Ja, nach und nach schieben sich immer mehr, immer mehr Trollzucker aus der, äh, der Taverne heraus. Ihr könnt mal wohl erkennen, ähm, wie sie allesamt an der Taverne stehen bleiben und nicht nach draußen auf den Platz treten. Also alle, äh, sehr, sehr dicht gedrängt. Der Platz ist sehr leer. Es gibt noch einige Marktstände, die ihr hier erkennen könnt. Der einzige, der sich hier wohl, ähm, aufhält, ohne dass es Probleme gibt, das Grauelheim. Hat sich wohl mittlerweile auch erhoben. Wirkt nicht mehr so sehr steinern, wie er eben noch war. Und, äh, hat sich zu seiner vollen, imposanten Größe aufgerichtet. Sein zottliges Haar weht so ein bisschen im Wind. Ist auch schon ein bisschen verkrustet von Eis und Schnee, was dann um euch herum, äh, noch, äh, ja, durch die, durch die Straßen weht. Also, ihr seid der König von Talf, und ihr habt den Tempel da angezündet? Nein. Eure Götzen haben wir nicht angezündet. Wir haben Talf verlassen vorgefunden. Aber jetzt gehört es mir. Ich befürchte, so funktioniert das nicht. Es ist leer. Wir kamen von den Bergen und haben uns genommen, was unser ist. Rufe du deine Götter an, denn ich werde meine anrufen. Was du hast immer bei mir. Auf ihm beginnt eine Liturgie zu wirken. Auf ihm würde sie hinstellen vor den versammelten Mannschaftsein, durch aus der Tasche ziehen. Hier und heute, hast du mir einen Krieger gebracht, der sich mit mir messen soll. Mein Allvater, mein Herr, Chor, hier, vor dem niedergebrannten Tempel deiner Mutter, werde ich ihm beibringen, was es bedeutet, vor uns zu stehen, vor uns zu knien, vor uns zu sterben. Und Raphim schnödet sich in die Hand. Ich würd mal meine Liturgie. Trak von Kekrach nickt dir zu und ihm werden zwei riesige Barbaren-Streitexte gebracht. Oh. Einer der Trollsucker wird ihm dann einen weiteren Ritual durchreichen und auch Trak beginnt jetzt den Ritual durch, in seine Brust zu stoßen. Oh ja. Für Blut. Blut für Kor. Wollen wir uns weiterschneiden und das machen wie die Trollsucker. Wie die Kurga. Oder kämpfen wir nach euren Götterstaatenarten? Wir kämpfen, dass es Kurga fallen möge, also komm her. Er bleibt stehen, wo er ist. Und betritt den Platz nicht. Ganz mal auf Menschenkunde, auf Menschenkenntnis würfeln. Ist ein bisschen erschwert, weil es eine fremde Kultur ist. Aber du kannst versuchen, ihn einzuschätzen. Acht Punkte ist jetzt nicht die Welt. Ja. Mehr als ich überhaupt habe. Dir fällt auch auf, dass die anderen Kurga den Platz ebenso nicht betreten. Und sie scheinen wohl eine Platzangst zu haben. Erwartet darauf, dass du zu ihm kommst. Fürchtet ihr euch vor mir? So stark scheinen eure Götter nicht zu sein. Wenn ihr nicht mal auf mich zutreten könnt. Du willst Teil von mir haben, also komm du zu mir. Ja, ich würde mal so zwei, drei Schritte in seine Richtung gehen. Ah, was ist das alles? Ja, ich würde weiter auf ihn zumarschieren. Ja, er bleibt, wie gesagt, direkt davor stehen. Hinter ihm haben sich direkt in der Taverne versammelt allesamt die Trollzucker. Mittlerweile stehen sie in einem großen U um ihn herum, sodass du dann in die Mitte dieses U's herantreten kannst. Und er greift sich immer noch mit dem Dolch in der Brust, steckend seine beiden Barbaren-Streitechse und wirbelt sie etwas herum. Als würden sie nichts wiegen. Ja, stärker als du. Noch. Ja. Würfel mal Initiative. Das habe ich befürchtet. 21. Das ist ja nicht schlecht. Er fängt mit einer Basisinitiative von 20 an. Schauen wir mal nach, was er hat. Ja, dann hat er schon gewonnen. 24. Gut, er kämpft beidhändig. BHK2, dementsprechend hat er auch drei Angriffe. Aber er hat einen Waffenmeister, der noch was anderes tut. Das habe ich befürchtet. Gut. Ja, wie gesagt, er würbelt mit seinen Echsen herum und wartet auf den ersten Angriff von dir. Also, wenn ich da jetzt verstehe. Schließend auf, ja, auf was willst du ran? Wahrscheinlich S, ne? Ja, ich bin jetzt ja groß, ne? Das nutzen wir natürlich aus. Er ist genauso groß wie du. Ja, dann ist ja wurscht, da können wir auf S kämpfen. Das macht ja keinen Unterschied. Gut. Ja, ich versuche erstmal in guter alter Tradition ihn umzureißen. Ja, stopp, er zieht vor. Das habe ich befürchtet. Ja, er macht eine Finte 5. Das klappt. Ja, das klappt gerade so. Pariert. Mhm. Dann muss ich mal eben mein Umreißen nochmal anschauen, gib mir eine Sekunde. Jetzt sind wir bei Bahnstreit, heißt nicht hier 200-Waffe? Waffenmeister. Ah, clever. Der Mann ist riesig, Erlan. Das heißt nicht. Es geht darum, dass du 200-Waffe nicht finden darfst. Einer tanke plus 4. Ja. Ja, dann kann er das ganz normal parieren. Plus 8. Plus 8. Oh, Junge. Hat er geschafft. Sehr gut. Und dann kommt sein dritter Angriff. Ich sag nochmal eine Finte 2 an. Und auch das ist geschafft. Kein Problem. Gut, das war die erste Kampfrunde. Ihr umspielt euch so ein bisschen. Mittlerweile hat er sich wohl auch von seiner Taverne gelöst. Jetzt wo die anderen dieses U so ein bisschen geschlossen haben und er den großen Platz nicht mehr sieht, hat er wohl weniger Probleme. Einfach weil er den Platz nicht mehr wahrnimmt und sich komplett auf dich konzentriert. Und kreist dich ein bisschen. Was wollen die anderen dabei tun? Ich gucke mir das erstmal an. Eventuell greife ich ein, aber noch sieht es nicht so aus, als würde Raffin in Bedrängnis geraten. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich keine aufgeploppten Maiskörner habe. Ich schaue mich ein wenig nervös in der Menge um. Ob die irgendwas tun. Und bereite mich darauf vor, Baltas in Bad zu packen, wenn er meint, er müsste eingreifen. Ihr könnt auch einmal auf Magiekunde würfeln. Oh je. Ist wieder ein bisschen erschwert, weil ihr die Kultur nicht habt, aber vielleicht wird der ein oder andere jemanden erkennen. Oh, das geht sogar. Mit ein bisschen Erschwernis habe ich es trotzdem geschafft. Ja, reicht nicht. Aber mir, du erkennst tatsächlich einen Schamanen, der sich wohl ebenso aussteigt hat. Aus der Taverne herausgeschoben hat und euch jetzt mit einer blutigen Knochenkeule an seiner Seite anstarrt. Ist auch sicher, aber ein Schamanen. Ich tippe mal Boltax und Isarun auf die Schulter und deute mal mit einem Nicken auf den Schamanen. Wir werden beobachtet. Vielleicht sollten wir mal zu ihm hingehen und ihm ein bisschen verständlich machen, dass man hier nicht eingreift. Och, tut man das nicht? Ja, ja, ich meine, natürlich. Genau das sollten wir tun. Mhm, mhm. Er konzentriert sich vor allem auf, äh, vor allem auf Boltax, ähm, weil Boltax als Geode, ähm, ja, für ihn, für ihn besser zu erkennen ist. Ähm, die, mit den Magiern kann dann dadurch auch ein bisschen was anfangen, aber er hat, äh, kein Auge auf den Kampf, sondern vor allem auf euch, auf die Magier. Nächste Kampfrunde, er greift, er erwartet erstmal, was Raffin tut. Ja, ich versuche wiederum zu reißen. Stopp, er zieht vor, findest du ja. Irgendwann wird's klappen. Natürlich, so gut ist es mal Paradewert nicht. Jetzt. Schicksalspunkt? Ist ja kein Patze. Gut. Und irgendwann kommt der durch. 21. Wohin? Äh, musst du würfeln, bitte. In den Tor, so. Das sind 10 Schadenspunkte. Ist das eine Runde? Nein. Nein, du kannst doch Raffin. Gut. Ja, ich versuche ihn umzureißen. Ja, er wird das natürlich versuchen zu parieren. Ich lege nochmal eine Ansage rein, plus 2, dann... Das klappt. Ja, wie ist das so schwer? Plus 10. Plus 10. Ich geschafft. Ja, dann fällt er jetzt zu Boden. Kann man eine Körperkraftsprobe machen? Gewandtheit. Gewandtheitsprobe erschwert um eine Trefferpunkte um 18. Ich glaube, die sind nur um 8 erschwert. Falls Parade nicht gelungen, dann Schaden der Würfel. Die E-Probe erschwert um Trefferpunkte. Okay, dann ist das die 1. Nicht geschafft. Ja, dann würde ich erst mal zwei Punkte in die... Nee, 2, wie 6. 2, wie 6. Ich wollte gerade sagen, das wäre sonst zu wenig. Das ist auch unter der, glaube ich. 4, nee, dann ist er genau auf die... Er hat dann die 4, nee, nee, gar nicht erst jetzt. Genau, jetzt ist er unter dir. Also ab der 20. Ja. Wolltest du weiter draufhauen oder möchte ich... Du musst eher erst mal, was will er denn tun? Ich habe ihn jetzt ja innimäßig überheben. Dann muss das richtig. Dann möchte er aufstehen. Er möchte aufstehen. Gut, dann kriegt er jetzt... Boah, ein 8er. Du machst aber keinen Schaden. Dass die 18 waren, kein Schaden. Nee, nee, aber jetzt kriegt er Schaden. Ein 6er Wuchtschlag. Kann er nicht parieren? 4, 10? Ja, kann er nicht parieren. Gut, dann bekommt er... 21... In den Schwertarm. Ja, 21 minus 3 sind... 18. Das ist die erste Wunde. Könnte der Wunde sein. Ja. Kann er aber ignorieren. Auf was ist das der zweite Wert, selbst in Beherrschung? Das ist mir die Lüge. K.O., das wird nichts. K.O. 24, also. Ja, schafft er denn seine GE-Probe? Äh, muss er eine weitere GE-Probe? Achso, ja, warte mal. Wenn er in einer Aktion aufstehen will, schon. Wird 4 geschafft, ja. Aber während du auf ihn drauf schlägst, noch während er am Boden liegt, heulen die Trollsucker auf. Allesamt. Das finden sie nicht gut. Das Leben ist hart und unfair. Wenn er wieder aufgestanden ist, reiß ich ihn um. Wenn die alle 50 mal gleich auf diesem Platz stemmen, was tun wir da, Nisaon? Nun, ähm, dann ist es Zeit, ein bisschen Licht in die Welt zu bringen. Hm, das pariert. Ähm, das würde ich gerne, dass er es neu befindet. Komm, kein Geiz. Dann gibst du einen Schicksalspunkt raus. Wie erschwert ist die? Um 6 und dann um 8? Um 10. Um 10? Ach, Junge. Ja, schade. Ja, sonst haut er mich gleich tot. Ja, das ist ja sein Ziel. Ja, das ist ja Plan. Dann hast du deine erste Attacke. Jetzt ist er mit seiner ersten Attacke dran. Er macht wieder eine Finte. Ja, warte, warte, warte. Ich gehe auf die 8, 10, sind 6. Dann mache ich auf die Finte 7. Oh Gott sei Dank, er hat es verkackt. Er hat es verkackt. Ja. Noch mal ein Umreißen. Um 10 Erschwert. Das macht ja gar keinen Sinn, dass ich das jetzt parriere, ne? Weil ich habe eine 7 und dann noch mal eine 10. Kannst du gegenhalten? Ich bin ja auch nix, aber... Wenn ich gegenhalten, kann das aber trotzdem eine 7 Erschwernis. Ja klar, man kann es immer alles gegenhalten. Dann reiß ich ihn um. Ja gut, dann fällt er hin. Von D2W6 Indi. Das ist richtig. Dann ist er bei der 14. Dann ist seine Aktion dran, was macht er? Ja. Der kann man auch vom Boden aus angreifen, wenn er will. Kann er auch, ja. Er kann auch liegend angreifen. Er hatte eben auf seine Parade verzichtet. Nicht, der hat jetzt noch zwei Aktionen, aber er muss erst mal aufstehen oder halt verboten. Vom Boden aus ist es plus 3 gegen dich, ne? Mhm, um 3 leichter zu parieren. Ja. Dann würde ich ganz gerne... ...mich in einer Aktion... ...aufstehen. Möchtest du da vorher was tun? Nö, der ist jetzt vor mir dran mit dieser Aktion. Oh Mann. Und er braucht zwei Aktionen. Wunderbar. Dann habe ich jetzt einmal in diese... Zweimal... Eine Aktion hast du noch. Ja, das ist dann ja die umgewandelte. Da kriegt er dann nochmal einen... Ach komm, da haben wir einen Dreierwuchtschlag draus. Das ist eine 7er Schwernis. Gott sei Dank. Ja. Das ist ein Wuchtschlag jetzt, ne? Ja. Ich überlege gerade, ob ich ausweichen möchte. Also frei ist ausweichen. Auf der Distanzklasse wäre das erleichtert... ...er schwert um 1. Du hast keine Finte gesagt, ne? Dann werde ich trotzdem mal ausweichen. Aber er liegt auf dem Boden, ne? Nee, nee. Doch, er liegt auf dem Boden. Er steht in zwei Aktionen auf. Ich hau ihn vorher. Trink mich in einem liegenden Zustand. Dann ist das Ausweichen... Minus 5 fürs Ausweichen und fürs Parieren. Ja, okay, gut. Dann kannst du solchen Schaden machen. Minus 3 zum 21. Das ist die nächste Wunde. Dann nächste Kampfrunde. Er möchte sich orientieren. Ja, ich ziehe vor und reiße ihn um. Ja. Mit der guten alten Sechser-Erschwernis. Ja. Warte, warte, warte. Dann kann ich das aber auch parieren. Was ist das so, eine Sechser? Plus... Oder insgesamt 10? Plus insgesamt 10. Ja. Das ist eine freie... Oh, danke. Nein. Ist es nicht. Ist es keine... Doch, es ist... Nee, es ist kein Crit. Ja, du hast recht. Das ist nur pariert. Das ist nur pariert, aber keine freie Parade. Dann orientiert er sich. Dann orientiert er sich und das jetzt auf der 20 plus 26 und 26. Dann ist er nämlich jetzt wieder vor dir. Nee, ist er nicht, weil er acht Runden hat. Mir handelt er gerade seine... Oder? Nein, er geht... Seine zweite Aktion. Er meint, dass generell seine INI vor dir ist. Nicht, dass er jetzt gerade vor dir handelt. Ja, ja. Generell ja. Aber erstmal darf ich wieder handeln. Äh, nee. Er hat pariert. Dann hat er seine INI-Phase gehabt. Es wäre jetzt in seiner dritten INI-Phase. Er ist jetzt auf der 26 und hat noch eine Aktion und du bist auf der 20 und hast noch zwei Aktionen. Aber er ist in seiner dritten Phase und seine dritte Phase passiert 16 Punkte nach ihm und Raphins dritte Phase passiert 8 Punkte nach ihm. Sobald er also nicht... Sagen wir es nicht 9 Punkte vor ihm, ist das Raphim erst dran. Richtig. Jetzt wäre mit deinem INI-Brett leichter abzuschätzen. Der Mann ist schon in seiner... Der Mann hat ja nur noch eine Phase. Das heißt, er müsste mehr als 8 Punkte Unterschiede haben und die hat er nicht. Genau. Äh, er hat... Er ist einmal pariert. Einmal. Nee, warte, es ist ein 4. Der Stopp im BHK sind es 4. Aber er ist pariert und hat sich danach orientiert. Ja, er muss nur 4 Punkte vor dir sein. Achso, ja, gut. Dann ist er noch einmal dran. Genau. Ähm, und er wartet erstmal wieder ab, was du tust. Okay. Weil du musst jetzt wieder vorher... Ja, waren wir klar. Ungossen. Gegenhalten! Do it! 18. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Äh, ja, aber dann macht Gegenhalten noch jetzt tatsächlich Sinn, ne? Gegenhalt musst du vorher ansagen. Dann parier ich ganz normal. Das ist wieder eine Plus 10, ne? Ja. Kommt davon, wenn du nicht auf den Meister hörst. Scheiße. Dann fällt er aufs Maul. Ja. 2-W6-Inni mal wieder. Dann ist er wieder auf der 20. Ja, dann habe ich meine dritte Aktion. Er kann nicht parieren. Er kriegt Zweierwuchtschlag ins Gesicht. Ein weiterer enttäuschtes Aufheulen von den Treuzackern und sie greifen jetzt, äh, ungefähr die Hälfte greift nach ihren eigenen Barbaren-Streitexten. Er kriegt 19 Schaden in den Torso. Ich fixiere den, ähm, ähm, wie heißt der denn? Schamane. Schamanen. Schamanen. Naja, ich möchte den, mach du erst. Ja, nach dem Motto, ähm, halt den mal lieber im Zaun. Sage aber nichts. Traulheim schüttelt mit dem Kopf. Ihr müsst ehrenvoll kämpfen. Profim. Ja, was macht der immer? Ich ignoriere Traulheim. Ich kämpfe gerade. Gut. Ja, wie gesagt, du hast, äh, das schadige, äh, schleifende, äh, geraschelt von ekelhaften Metallweißen. Waffen gehört, die jetzt allesamt aus dem Gürtel gezogen werden. Barbaren-Streitexte, die Hälfte ist jetzt bewaffnet von der 50. Wer hätte gedacht, dass Barbaren einen Sinn von Rom-Reinfälligkeit haben. Aber erst mal kriegt der, glaube ich, Zusatzschaden, weil er hat gerade 19 in die Brust gekriegt. Das ist richtig, 1,4, 6, Zusatzschaden, so nochmal 4. So, er ist ED-mäßig vor mir, was tut er denn? Ja, er ist wieder auf der 20, ähm. Achso, er ist wieder auf der 20, dann bin ich ja vor ihm. Du kannst, du kannst vorziehen, ich überlege gerade, weil ich ansagen muss und du kannst darauf reagieren. Ja, richtig, was tut er denn? Ähm, er möchte erst mal angreifen, behält sich aber zwei Paraden offen. Er kann ja, er kann ja weiter umwandeln, also er, er greift... Also auch vom Boden aus. Er liegt auf dem Boden. Ach, er ist hier noch gar nicht aufgestanden, ne? Nein, er ist noch nicht aufgestanden. Ach, dann greift er vom Boden aus an. Dann hat er eine Plus-3 und dann macht er nochmal eine Finte draus. Da ziehe ich vor. So, ähm, dann kriegt er jetzt eine Finte plus 9 rein. Das ist eine 6er Erschwernis, weil er ist auf dem Boden. Dementsprechend kriege ich eine 3er Erleichterung, ihn anzugreifen. Oh, ich bin so glücklich, dass ich so gammelige Ansagen mache. Okay, das ist ein 9er Finte. Ähm, wir haben auch da eine ganz normale Parade. Kriegt er denn was dafür, dass er am Boden liegt, bei der Erschwernis, beim Parieren? Bekommt ein... Das hattest du ja schon reingerechnet. Ja, stimmt, stimmt. Ja, dann darf er mich angreifen. Dann darf er mich angreifen. Dann kommt jetzt, ähm, tatsächlich die Finte. Er hat eine Plus-3, dann macht er eine 7. 7er Finte. Das schafft er. 7er Finte. Wieso, mir gefällt das nicht. Wenn er so weiter macht, dann macht er mir wirklich gleich den ganzen Platz am Hals. Ja, trifft er. Oh ja, danke. Ein bisschen Luft. 20. Trefferzone musst du selbst. Den Torso. Papa, bin Michael.